Tony unterstrich 1358 Oh, da können nicht mehr Memas sein in der Bank Schau, dann gehe ich mal bei CarPlayer GTI rein und ich akzeptiere den Invite Und hier sind einige Rainbow Jelly Aliens drin, ui, das hier ist so eine Sache Es haben mich manche Leute angeschrieben mit Yo, du kannst gerne aus meiner Bank ein paar Pads rausnehmen die du dann verschenken kannst, dann andere Ich hab dir ein paar Rainbow Jelly Aliens reingepackt Und das hier könnte so ein Fall sein, dass er meinte Ich hab dir ein paar Rainbow Jelly Aliens reingepackt Aber da ich das nicht weiß, kann ich da jetzt keine Pads rausnehmen, ich weiß ja nicht ob das jetzt jemand ist, der mir wirklich Pads geben wollte oder nicht, deswegen gehe ich hier einfach auf Deposit Pack ihn zu den Jelly Aliens Noch ein paar Fluffys dazu, darüber wird er sich bestimmt auch freuen, oh warte Oh, not enough space in the bank, dann canceln wir mal Er hat 92, oh er hat 92 Jelly Aliens drin, das ist krass Dann kann ich ihn da auch nicht reinpacken, ich könnte allerhöchstens Jelly Aliens rausnehmen und durch Fluffys ersetzen, aber das will ich nicht machen Also, CarPlayer GTI, falls du das siehst kannst du mir ja mal einen Kommentar schreiben, ob ich die Pads hätte rausnehmen dürfen, ich verlasse jetzt erstmal die Bank, ich, ach komm, ich kann ich kann dir stattdessen einfach mal, ah ich hab nur 44.000, na gut, dann pack ich dir 44.424 Gems rein Jetzt hab ich schon wieder mehr, bitte sehr Und verlasse die Bank